Hallo zusammen, wir befinden uns hier bei Pressekonferenz, am Samstag haben wir Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Für dieses Spiel haben wir Stand jetzt 14.011 Tickets verkauft, ein bisschen Luft nach oben ist noch und Schiedsrichter der Begegnung steht auch schon fest, das ist Tobias Reichel. Hier oben begrüße ich unseren Cheftrainer Boris Schommers und dann kommen wir auch schon zum Wesentlichen, zum Fußball und zum möglichen Kader. Boris, wie sieht es im Kader aus, wer wäre theoretisch einsatzbereit, auf wen muss man verzichten? Gott sei Dank haben wir die Situation, erstmal hallo von meiner Seite, dass wir mehr Spieler zur Verfügung haben, als sie draußen sind. Gehen wir den Kader kurz durch, Timmy Thiele hat sich im Training das Nasenbein gebrochen, wird nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat sich auch eine Bänderverletzung zugezogen, wird auch nicht im Kader sein. Da ging die erfreulichen Mitteilungen, dass Janasson wieder im Kader sein wird und bei Philipp Hercher sieht es so aus, dass er könnte. Aber ich auch da, wie schon in den vergangenen Wochen sage, ein Spieler, der nicht komplett hundertprozentig über 90 Minuten spielen kann, wird bei mir auch nicht im Kader sein. Danke bis hierhin. Dann ist jetzt Zeit für Fragen und wir beginnen mit der ersten Frage von Horst Konzog von der Rhein-Pfalz. Wie erwarten Sie diesen Gegner und wissen Sie, welcher Coach auf der anderen Seite sein wird? Also zur zweiten Frage, es wird der U23-Trainer sein, so wie ich es verstanden habe, Herr Fröhlich. Und genau aufgrund dieser Thematik ist es natürlich sehr schwierig, jetzt einzuschätzen, wie Karlsars Jena hier auftreten wird. Grundsätzlich sind sie sicherlich, was wir wissen, aus nächster Vergangenheit. Egal, wenn du immer einen Trainerwechsel hast, egal, wer es übernimmt, ist eine Aufbruchsstimmung da. Das heißt, sie werden höchst motiviert sein, wie sie sich jetzt taktisch verhalten werden, welches System sie spielen. Da haben wir natürlich alle unsere Hausaufgaben gemacht, aber es wäre vermessen, zu sagen, der Gegner tritt jetzt so oder so auf oder auch. Glaube ich, sie werden sehr motiviert da hinkommen, sie werden eine Idee haben und wir werden die Gegenidee haben. Michel Hasslinger von Radio RPR 1 mit der nächsten Frage. Ich habe zwei Fragen. Zunächst mal zum Gegner. Karlsars Jena hat zwar einen Punkt, das sieht in der Tabelle grausam aus, aber ich habe die gegen Duisburg gesehen, die war nicht schlecht. Womit rechnen Sie? Ja, also nochmal grundsätzlich, die Tabelle in der Hinsicht interessiert in diesem Spiel dann nicht. Wir haben es ja gerade schon einmal gehört, Jena hat sich auch zu einem Trainerwechsel entschieden. Von daher ist dort eine Mannschaft, die höchst motiviert sein wird. Sie haben es selber gesagt, wenn Sie sich das Spiel, das vorherige Spiel angesehen haben, dann haben sie 1-0 geführt und nachher 2-1 verloren in der 86. Minute durch eine Standardsituation. Von daher ist es keine Mannschaft, die man so einfach schlagen kann, die ihre Berechtigung in der Liga hat, wie jede Mannschaft diese Berechtigung hat. Und von daher erwarte ich nochmal einen Gegner, der sehr, sehr motiviert hier auftreten wird. In welcher Art und Weise sie spielen, da habe ich mir meine Gedanken drüber gemacht. Die möchte ich hier natürlich nicht ganz kundtun, aber wir werden vorbereitet sein. Aber wichtig wird für uns auch sein in diesem Spiel, und das muss man an dieser Stelle auch einfach mal sagen, wir spielen zu Hause. Wir haben auch eine klare Vorstellung, wie wir spielen wollen. Und die wollen wir auch morgen auf den Platz bringen. Also wir wollen dieses Spiel in diesem Spiel dominieren. Wir wollen agieren. Wir spielen zu Hause und wir wollen dem Gegner unseren Spielstil aufdrücken. Zweite Frage. Sie sind jetzt seit zwei Wochen hier in Kaiserslautern. Wir alle sind uns einig, dass diese Mannschaft so besitzt ist, dass sie eigentlich nicht in der Abstiegszone stehen sollte. Haben Sie in der Kürze der Zeit schon ergründen können, was diese Mannschaft für ein Problem oder mehrere Probleme hat? Kann man als Trainer in zwei Wochen auch so in die Psyche der Mannschaft eindringen? Das kann man, wenn man sich genug Zeit nimmt. Und das tun wir, kann man natürlich auch in die einzelnen Köpfe, sage ich in Anführungszeichen, mal reinschauen, indem man viele Gespräche mit den Spielern führt, auch viele einzelne Gespräche. Ganz wichtig ist, offene Gespräche zu führen. Ich bin bei Ihnen, dass wir sagen, diese Mannschaft mit diesem Kader und dieser Qualität gehört nicht auf diesem Tabellenplatz, wo wir aktuell stehen. Ich glaube auch, dass wir die Gründe gefunden haben, wo wir ansetzen müssen, um sie mittelfristig auch wieder nach oben zu bringen. In eine erfolgreichere Bahn. Und da sage ich auch ganz deutlich, finde ich, dass die Mannschaft letzte Woche in 60 da schon einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, dass sie, wie sie dort gespielt hat, wie sie dort aufgetreten ist, wo wir uns aber leider selber bestraft haben. Aber wir wissen genau, wo wir ansetzen müssen, wo wir angesetzt haben, dass das auch alles nicht in zwei Wochen umsetzbar ist. Das ist uns bewusst, das muss allen hier bewusst sein. Aber man muss Woche für Woche einen kleinen Schritt und eine Verbesserung sehen. Da hoffen wir natürlich, dass wir das morgen auch sehen werden. Moritz Kreilinger vom Kicker Sport Magazin. Herr Schommers, in einem Interview bei den Kollegen von SWR mit dem Aufsichtsratmitglied Jürgen Kind hat er gesagt, dass auch Sie schon analysiert hätten, dass der Mannschaft eine Hierarchie fehlt. Jetzt ist Oktober, der Transfermarkt ist geschlossen. Es lassen sich jetzt keine Spieler kaufen, die diese Lücke quasi schließen können, sondern da müssen sie mindestens bis zum Winter warten. Wie lässt sich da jetzt trotzdem gegensteuern, um vielleicht der Mannschaft etwas mehr Hierarchie zu verleihen? Also grundsätzlich hat auch diese Mannschaft eine Hierarchie. Erstens, alleine durch Kapitän, Mannschaftsrat etc. gibt es Hierarchie. Zweitens, wenn ein neuer Trainer kommt, gibt es auch immer wieder die Situation, dass Spieler, die vielleicht vorher sich nicht so eingebracht haben, neuen Rückenwind bekommen. Vielleicht auch durch die einzelnen Gespräche, die ich mit den Spielern führe, ich ihnen signalisiere, was ich von ihnen verlange. Und dass ich eine Entwicklung auch in der Persönlichkeit einfordere, was ja für eine Hierarchie und eine Führungsposition sehr wichtig ist. Und von daher sind wir auch uns einig, dass wir diese Mannschaft in der aktuellen Situation bis zum Winter mit einer gewissen internen Hierarchie haben. Aber ganz klar, und das sage ich auch so, die auch verdeutlicht auf den Platz rüberkommen muss. Mir hilft es nichts, wenn der eine oder andere meint, ich bin Führungsspieler, ist aber nicht umsetzt. Also entweder muss er es umsetzen oder ich suche mir einen neuen. Weiter geht es mit Jürgen Schmidt vom SWR. Herr Schommers, wie halten Sie den ganzen Huddel rund um den Verein von der Mannschaft weg oder wie beeindruckt das die Mannschaft? Wenn das die Pfälzer Sprache ist, Gott sei Dank verstehe ich Huddel nicht. Ich weiß, ich weiß. Also Fakt ist, Fakt ist, ich nehme es wahr, aber es belastet mich 0,0, weil ich habe genug, wie wir ja alle wissen, mit der Mannschaft zu tun, mit der Arbeit mit der Mannschaft zu tun, dass wir die Mannschaft besser machen. Und natürlich habe ich mit der Mannschaft über die Situation gesprochen, die drumherum ist, weil es den einen oder anderen Spieler beschäftigt. Wir haben aber auch ganz deutlich herausgearbeitet, dass unser Job das Sportliche ist. Darauf müssen wir uns konzentrieren, weil wir uns da verbessern müssen und wollen. Und wir letztendlich auch viele Sachen, die drumherum passieren, über das Sportliche beantworten können. Von daher habe ich da keinen... Ich würde mir wünschen, auch außenrum in einem ruhigeren Fahrwasser zu sein, aber das bringt nun mal der Sport in einer gewissen Situation mit sich. Und deswegen habe ich, wie gesagt, beschlossen, mich auf meine Mannschaft und auf meine Aufgabe zu konzentrieren. Alles andere kann ich sowieso nicht beeinflussen. Weiter geht es mit Olli Sperg von der Rheinpfalz, wenn das noch aktuell ist. Nochmal zurückzukommen auf die Fehler, die Sie angesprochen haben gegen 60, mit denen Sie sich selbst bestraft haben, also die Mannschaft sich bestraft hat. Wie kann man damit umgehen? Was waren Ihre Ansatzpunkte jetzt auch mit Blick auf Gegentore bei Standards? Haben Sie sehr schön angesprochen. Wir haben drei Tore kassiert, wo ich sage, zwei Tore sind individuelle Fehler. Das wissen die Spieler selber, das Zweite und das Dritte, dass das ihr Fehler ist. Und genau da setze ich dann an. Und Fehler passieren, die passieren im Leben, die passieren im Sport. Das macht keiner absichtlich. Und ich habe gerade den beiden Spielern gesagt, dass sie das abhaken sollen, dass sie nach vorne schauen sollen. Wie gesagt, da braucht man auch nichts taktisch analysieren bei diesen beiden Dingern, sondern das passiert. Aber gerade Lenny hat ja auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Spiele für uns gut gehalten. Dementsprechend habe ich gesagt, das kann er abhaken und nach vorne schauen. Und die zweite Thematik, die ist uns auch bewusst. Wir haben im zweiten Spiel zwei Standard-Tore kassiert. Standards sind extrem wichtig in dieser Liga, wo eins von diesen Kleinigkeiten, wo man ein Spiel in die oder in die Richtung lenken kann. Und wir haben uns extrem vorgenommen unter dieser Woche und haben es auch trainiert explizit, dass wir diese schlechte Statistik ausgleichen. Noch mal, Boritz Keilinger. Herr Schommers, es ist ja jetzt eigentlich eine sehr ungünstige Situation. Derjenige, der Sie nämlich hier ausgewählt hat als Trainer, Martin Bader, ist in drei Monaten oder vielleicht auch schon früher nicht mehr da. Das heißt, es kommt eine neue sportliche Leitung, ein neuer Sportgeschäftsführer. Der hat vielleicht wieder neue Ideen, vielleicht auch Ideen hinsichtlich eines Trainers, wie auch immer. Wie nehmen Sie diese Situation wahr? Erstmal nehme ich die Situation so wahr, dass Martin Bader mir das Vertrauen in diesem Verein geschenkt hat. Und ich mit Martin Bader in den letzten zwei Wochen sehr gut und sehr eng zusammengearbeitet habe, täglich. Und das hat sich auch nach den Ereignissen der letzten Woche 0,0 geändert. Martin ist hier. Wir haben einen internen guten Austausch. Und er hat Vertrag bis zum 31.12. Dementsprechend hat er noch drei Monate Vertrag. Und wir werden auch in diesen drei Monaten weiter sehr gut zusammenarbeiten und unser gemeinsames Ziel verfolgen, diese Mannschaft zu stabilisieren und in erfolgreiche Fahrwasser zu bringen. Und was dann in drei Monaten ist, das werden wir dann sehen. Nächste Frage kommt von Jan Zinsmeister vom SWR. Herr Schommers, noch mal kurz zurück zu 1860, das Spiel. Die Fehler haben wir ja gerade schon angesprochen. Sie haben aber auch gesagt, die Mannschaft hat in diesem Spiel den weiteren Schritt nach vorne gemacht. Sehen viele nicht so. Aber wie würden Sie das begründen? Ganz einfach. Ich habe hier nach Magdeburg gesessen. Da wurde mir erzählt, die Mannschaft hat zwei Tage, nachdem ich gekommen bin, eine ordentliche Struktur. Wurde ihr bescheinigt gegen den Ball absolviert, gegen den Zweitliga-Absteiger. Kein Gegentor aus dem Spiel heraus, sondern aus der Standardsituation, aber nach vorne zu wenig gemacht. Eine Woche später spielen wir in 60. Und wenn man die Fakten dann einfach nimmt, nach dem Spiel, haben wir mehr Ballbesitz. Wir haben mehr Torchancen. Wir haben mehr Großchancen. Und der Gegner hat letztendlich kein Tor geschossen und wir haben vier geschossen. Muss man so deutlich ja sagen. Und das ist einfach für mich ein Schritt nach vorne. Wenn man dann sieht, dass die Mannschaft 1860 bespielt hat, dass die Mannschaft sich im Vergleich zur Vorwoche nach vorne auch mit dem Ball spielerisch insofern einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass sie sich verbessert haben, dass sie die Idee, die wir hatten, umgesetzt haben, dass sie den Gegner bespielt haben. Und wir kommen letztendlich, die Statistik ist immer ein bisschen schwierig, aber zu einer zweistelligen Torchancenzahl, die wir haben, also dementsprechend wesentlich mehr als der Gegner in diesem Spiel, dann ist das für mich ein Schritt nach vorne, wo wir uns einfach selber bestraft haben durch diese drei Eigentore. Dass die natürlich dazugehören, ist klar. Und dass wir deswegen dieses Spiel verdient verloren haben, weil wir diese krassen Fehler gemacht haben, ist mir auch bewusst. Aber ich muss das Große und Ganze sehen. Und im ersten Spiel wollten wir eine gute Struktur gegen den Ball haben. Haben wir hinbekommen, da wurde von der medialen Seite bemängelt, zu wenig nach vorne gemacht zu haben. Im zweiten Spiel war übrigens die Struktur gegen den Ball auch nicht schlecht. Die Tore sind nicht gefallen, weil der Gegner sich durchgespielt hat und wunderschöne Tore herausgespielt hat, sondern die sind durch unsere Fehler passiert. Und gleichzeitig haben wir aber den Schritt nach vorne gemacht, indem wir den Gegner schon bespielt haben und zu, wie gesagt, einer zweistelligen Torchancenzahl gekommen sind. Von daher war es für mich ein guter Schritt nach vorne, wo mir aber bewusst ist, dass man natürlich die Spiele auch gewinnen muss, um sich für sowas zu belohnen. Weil nur schön spielen, aber nie einen Punkt mitnehmen, hilft dir nichts. Gibt es noch weitere Fragen? Jawohl. Thomas Hilmes von Pizzebrennt. Herr Schormers, ich glaube, kein FCK-Fan kann mehr die Feststellung hören, dass die Mannschaft verunsichert ist. Aber die Verunsicherung ist ja trotzdem vorhanden. War auch gegen 60 zu sehen bei den Gegentoren und allgemein im Spiel. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben den Spielern gesagt, das muss man abhaken, aber Sie gehen ja wahrscheinlich noch genauer auf dieses Thema ein. Wie kann man diese blöde Verunsicherung bei den Spielern aus den Köpfen rausbekommen? Über gutes Training, über eine gute Analyse und über die Tatsache, dass man die Spieler stärkt. Weil, wie gesagt, beispielsweise nehme ich wieder Lenny. Er macht beim dritten Gegentor, sieht er nicht gut aus. Ja, aber das gehört dazu. Aber gleichzeitig zeigt man ihm auch ganz viel auf, was er halt schon Gutes macht. Und dementsprechend, sagen wir mal, sind 90 Prozent wirklich, wo man sagt, das ist was Positives. Und an den anderen 10 Prozent musst du weiter arbeiten. Und das ist eben der Weg, wie man dieses Selbstvertrauen zurückholen kann. Und über gute Erfolge im Training, was man dann auch den Spielern dokumentiert. Ja, wenn man sagt, im Trainingsbetrieb beispielsweise in einer Spielaufbausituation macht es jetzt der Innenverteidiger sehr gut. Wenn man ihm das dann dreimal dokumentiert, dann glaubt das irgendwann. Und wenn Sie es ihm dann drei Tage später in der Einzelanalyse am Fernseher visuell aufzeigen, dann glaubt das erst recht. Das ist wie bei kleinen Kindern. Wenn du es ihnen nur erzählst, dann ist es eine Geschichte. Wenn du es ihnen aber im Fernseher zeigst, dann glauben sie es dir schon eher. Und das ist ein klarer Weg, den wir eingeschlagen haben. Was ich immer sage, konstruktiv, ehrlich, kritisch reflektieren. Und so gehen wir mit der Mannschaft vor. Und da kann ich Ihnen nur sagen, diese Trainingswoche, es war meine erste Trainingswoche mit einer Mannschaft. Hervor hatte ich letztendlich vor beiden Spielen nur aufgrund des Pokals, sage ich mal, eine Trainingseinheit, wo ich überhaupt einwirken konnte. Und jetzt hatten wir mit der Doppel-Einheit, am Mittwoch hatten wir insgesamt fünf Einheiten, wo wir auch mal richtig mit der Mannschaft arbeiten konnten. Und die haben wir sehr intensiv genutzt. Weiter geht es mit Horst Konzog von der Rhein-Pfalz. Sie haben gestern gesagt, dass Carlo Sikinger noch Probleme hatte, muskuläre Art. Sind die so ausgestanden, dass er morgen auch spielen wird, kann? Also aktuell sieht es eher fraglich aus, eher skeptisch. Es gibt noch keine hundertprozentige Entscheidung, aber aktuell sieht es eher skeptisch aus. Nochmal der Moritz Kreilinger. Ja, schon mal zum Carlo Sikinger hätte ich auch eine Frage. Ihr Vorgänger, der Sascha Hildmann, hat ihn ja sowohl in der Abwehr, in der Dreierkette, in der Viererkette, als auch im Mittelfeld eingesetzt, mal hier, mal da. Wo sehen Sie den Spieler? Er hat ja in München gezeigt, was er offensiv leisten kann, mit seinem guten Schuss, den er sich ja hat. Aber gerade letztes Jahr hat er gezeigt, dass er in der Abwehr mit seiner Ruhe, seiner Spieleröffnung der Mannschaft da hinten sehr gut getan hat. Das haben Sie sehr schön beschrieben, das unterschreibe ich Ihnen so. Im ersten Spiel gegen Magdeburg hat er Innenverteidiger gespielt, das hat er sehr ordentlich gemacht. Im zweiten Spiel hat er dann im defensiven Mittelfeld gespielt, das hat er sehr ordentlich gemacht. Ich würde mir sehr wünschen, dass der Spieler morgen zur Verfügung steht. Dann würde er wieder ein sehr ordentliches Spiel machen. Wo verrate ich Ihnen heute noch nicht. Ja, aber von daher bin ich erst mal sehr froh, dass ich einen Spieler habe, der auch variabel einsetzbar ist. Und der beispielsweise auf zwei, drei Positionen sofort immer wieder auch das Ganze taktisch versteht, was ich von ihm möchte. Und von daher, wo er mittelfristig auftaucht, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wenn seine Entwicklung aber weitergeht, das ist kein Freifahrtschein, Carlo, aber wenn seine Entwicklung weitergeht, dann wird er sehr oft auf dem Platz auftauchen. Nochmal Horst Konzok. Spieler, die von irgendwo kommen und gegen irgendwelchen spielen, sind dann meistens besonders motiviert. Ich denke, jetzt an Manni Starke darf der morgen starten. Kommt er aus Jena? Grundsätzlich geht es für mich erst mal darum, mein Job ist es, die bestmögliche Elf für dieses Spiel, die meine taktischen Voraussetzungen umsetzen kann, auf den Platz zu bringen. Da kann ich nicht immer Rücksicht darauf nehmen, ob jetzt ein Spieler vorher bei dem Verein gespielt hat oder nicht. Mir sind diese Situationen durchaus bewusst. Aber nochmal, mein primärer Job ist, dass es die bestmögliche Elf, die sich im Training aufgedrängt hat und die, wo ich glaube, am besten meinen Matchplan umsetzen kann, morgen auf dem Platz steht. Und ob es dann Manni morgen wird oder nicht, das warten wir mal ab. Nochmal der Moritz Keilinger. Schauen wir mal, so eine zweite Personalfrage. Timi Thiele erübrigt sich jetzt natürlich auch für das Spiel am Wochenende, aber auch generell die Frage. Der Sascha Hildmann hat ihn ja zuletzt auf die rechte Außenbahn befördert, wo er mit seiner Schnelligkeit auf jeden Fall auch punkten konnte. Ist das auch in Ihrem System eine Option für die Zukunft? Oder sehen Sie den Timi eher vorne als klassischen Stürmer? Ich glaube, ich muss Sascha nochmal anrufen, damit ich alle weiteren Optionen von Sascha dann auch nochmal für mich habe. Grundsätzlich genau das Gleiche. Timi kann beides spielen, das kommt auch immer auf den Gegner an. Das kommt auch immer auf den Gegner an, wo er vielleicht mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Gradlinigkeit in dem Matchplan für uns dann besser aufgestellt ist. Ob es gerade dann auf der Neun ist im zentralen Bereich gegen Innenverteidiger oder ob sich vielleicht für ihn mehr Räume ergeben außenrum auf sieben oder elf. Oder ob ich das System wechsle mit drei Spitzen. Von daher ist auch er ein Spieler, der variabel da einsetzbar ist. Und grundsätzlich kann er aus meiner Sicht beides spielen und sogar noch ein, zwei mehr, wenn wir das System verändern. Horst Konzok? Sie haben ja gesagt, dass Sie froh sind, dass Sie jetzt bei Trainingseinheiten mehr hatten mit der Mannschaft. Kommt Ihnen diese Länderspielpause dann eigentlich gelegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil das ist einfach die Thematik. In dem Moment, wo wir übernommen haben, ist es dann immer schwierig. Es waren zwei Tage zum Spiel. Wir hatten danach eine englische Woche. Und es ist auch klar, wenn ein neues Trainerteam kommt, hat man auch seine eigenen Vorstellungen. Man hat Sachen, die gut waren vorher. Man hat Sachen, die man aber auch selber in seiner Philosophie verändern möchte. Und da brauchst du einfach Zeit für. Und du brauchst Trainingseinheiten. Und du brauchst ja einen Rahmen, wo du mit der Mannschaft in Ruhe arbeiten kannst. Und von daher sind natürlich solche Wochen normale Wochen im Moment für uns. Insofern ab jetzt besser, wo ich sagen kann, ich kann mehr auf die Mannschaft einwirken. Gleichzeitig wiederholt es aber auch nochmal, die englische Woche war jetzt kein Nachteil, sondern sie war in der Situation auch genau richtig, weil durch dieses Verbandspokalspiel ich eben, wie ich es vorher gesagt habe, allen Spielern die Chance geben konnte, auf Wettkampfniveau sich dem Trainerteam zu zeigen. Das haben wir auch gemacht. Und von daher kommt man da sehr viele gute Eindrücke sammeln. Thomas Hilmes. Nochmal kurz zum Thema Hierarchie, was wir vorhin angesprochen haben. Sie haben jetzt die Mannschaft kennengelernt, zwei Wochen lang. Natürlich wünscht man sich wahrscheinlich von jedem Spieler, dass er vorangeht, die anderen mitnimmt, ein Führungsspieler ist. Aber wer sind denn für Sie in der Hierarchie die Führungsspieler, von denen Sie besonders erwarten, dass Sie auch auf dem Platz vorangehen, im Training die Mitspieler mitreißen? Ist das ein Christoph Hemmlein, Carlo Sigginger, Christian Kühlwetter, Kevin Kraus? Oder wer sind die Influencer in der Mannschaft sozusagen? Dazu grundsätzlich möchte ich einfach mal die nächsten Wochen noch abwarten. Ganz ehrlich, weil ich habe mit vielen Spielern gesprochen. Die Spieler haben auch selber ihre Vorstellungen kundgetan, in welcher Rolle sie in dieser Mannschaft Verantwortung übernehmen wollen. Aber da sage ich auch ganz klar, da erwarte ich natürlich auch, dass diesen Worten auch Tate folgen. Und von daher möchte ich da jetzt keinen Namen nennen, sondern bin auch sehr gespannt, ob die Spieler, die sich diese Woche auch in diesem Bereich aufgedrängt haben, oder ob die Spieler, die auch diese Woche im Trainingsbetrieb vielleicht mal ein Kommando geführt haben und mal eine Mannschaft geführt und geleitet haben, ob die das auch morgen auf den Platz bringen. Aber nach den Trainingseinheiten bin ich guter Dinge, dass wir morgen da das eine oder andere sehen werden. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, tatsächlich nicht. Dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dass wir uns alle morgen schon gesund und munter hier wiedersehen. Dankeschön. 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 Das war ja nur für Herrn Gonsack das Wort.